Servus, hier ist der Martin. Wir hatten ja vor ein paar Tagen auf Standort-Tool geguckt. Ich blende es einfach nochmal ein. Und da habe ich ja gezeigt, dass man da sehen kann, welche geförderten oder Förderanträge für Ladesäulen genehmigt sind. Und bei mir hat sich auch Sachen geändert. Manche waren rot, also manche waren als Schnelllader deklariert, die waren aber dann grün. Und unter dem Video gab es viel Feedback von Leuten, die es gesehen haben, die es auch geguckt haben in ihrer Region, dass es da genauso, ich sage mal, unlogische Konstellationen gibt, dass irgendwo nur rote Schnelllader geplant waren, dass manche gar nicht drin sind, manche doppelt drin. Also da passiert scheinbar alles. Also es ist wohl, ja, ich habe gesagt, es könnte ein Anhaltspunkt sein, dass man weiß, was gebaut wird. Aber es ist dann doch wirklich sehr, sehr vage. Trotzdem gucke ich ab und zu drauf, um einfach mal eine Idee zu haben, wo ich bei mir in der Region oder im Ort die Augen aufhalten soll. Es passiert schon fast im Unterbewusstsein. Das heißt, wenn ich da an den Standorten vorbeikomme, wo da was genehmigt ist, gucke ich immer, ob da vielleicht eine Baustelle ist, ob da vielleicht eine Ladesäule wächst. Aber es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit, um in die Zukunft zu schauen, wo Ladesäulen gesehen. Und zwar, ich sage mal, auf den typischen Langstrecken. Also wenn ihr auch abends eine Langstrecke fährt, dann ist für euch auch die App, ich blende sie gleich mal ein, die Schnellladepark.app interessant. Ich habe die schon mal vorgestellt. Viele von euch kennen die dann auch. Und könnt ihr das alte Video nochmal gucken. Hier werden einfach Ladestationen angezeigt, wo über drei oder vier Ladesäulen stehen. Und wenn ich jetzt mal hier, wenn ihr die Maus guckt, wo die Maus sich bewegt, ja, hier ist ein Ladepark. Das sind sechs Säulen. Das sind welche von Ionity und welche von EnBW. Das finde ich eine tolle, übersichtliche Anzeige. Und gerade so Ladeparks finde ich persönlich ja super, wenn es da zwei Anbieter gibt und jede Menge sollen. Ich werde nachher sowieso noch nach Stuttgart fahren. Und ich bin jetzt hier oben da, da in Weinheim sieht man jetzt nicht, fahr dann hier runter. Ich habe hier jede Menge Ladeparks. Auf dem alten Video habe ich die mal auch alle oder viele davon besucht. Und hier, da werde ich dann auch mal laden. Hier bei dem hier, bei Ionity, EnBW, meinen Termin in Stuttgart machen. Und auf dem Rückweg werde ich hier wahrscheinlich auch wieder vorbeifahren. Ja, aber wollte ich gar nicht drauf raus. Ihr könnt hier oben bei dem Zahnrädchen auch in die Einstellungen gehen. Und könnt sagen, ja, mich interessieren sowieso nur für mich ein Ladepark auch schon, wenn er drei Säulen hat. Und man kann hier einfach auch anklicken, dass man nur die sehen möchte, die in Bau sind. Und das ist eigentlich schon konkret. Also nicht nur gefördert oder auch nicht gefördert, sondern dass hier haben irgendwelche Leute angefangen zu schaufeln. Die Daten kommen aus anderen Verzeichnissen, aber hier finde ich sie einfach schön aufbereitet. Also ich klicke das hier mal an. Schnellladeparks in Bau anzeigen. Und ja, fange immer gern bei mir in der Gegend an zu gucken. Was ist denn hier in Bau? Hier oben bei Bensheim, da ist dieser Aral-Ladepark im Bau. Da fahre ich auch öfters dran vorbei, auch weil ich es hier halt auch gesehen habe. Und es hängt einfach daran, die Säulen stehen schon. Aber das ist auch so ein Stromhaus, wie eine kleine Garage. Und da ist aber noch eingezäunt. Und da war letztes Mal, ja diese Woche, war da auch so ein Elektroauto irgendwie, so ein Auto mit Aufschrift. Und die da wohl irgendwas gemacht haben. Also es geht da weiter. Und ich habe auch gelernt, die Säulen sind schnell gestellt. Was lang dauert, ist scheinbar immer die Anbindung ans Netz. Also hier geht es weiter. Und hier oben bei Alzey passiert auch noch was. Da gibt es auch noch einen EnBW-Ladepark, der hier gebaut wird. Sonst ist es bei mir in der Gegend eher ruhig. Aber ich habe mal vorher geguckt, wenn ich hier mal nach Norden gehe. Und das war ja, ich glaube im Vergleich zu Baden-Württemberg, immer ein bisschen magerer. Ja, also ich muss hier ein bisschen vorsichtig und langsam wieder scrollen. Wenn der PC hier aufnimmt und gleichzeitig scrollt, das schafft er kaum. Ah, ich könnte ja auch ein bisschen hier kleiner machen. Ah, da sind doch viele Baustellen-Schilder. Naja, Norden ist nicht richtig. Ja, hier oberhalb von Köln komme ich leider sehr selten hin. Nein, das sind nicht die Niederlande. Aber hier sieht man in dem Bereich, so da haben wir jetzt auch gleich die Landkarte. In dem Bereich hier Essen, Duisburg, Wuppertal, Düsseldorf. Jede Menge Ladeparks mit Baustellen-Symbolen. Und ich glaube, das sind sogar alles EnBW, oder? Ja, EnBW, 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 EnBW. Also es ist schon der Hammer, was hier passiert. Sind jetzt hier scheinbar nicht so die typischen... Doch, viele sind an Autobahnen. Manche sind aber auch hier, wie der da, irgendwo in der Stadt. Da kooperiert vielleicht EnBW mit irgendwelchen anderen Dienstleistern oder Versorgern oder Einzelhandelgeschäften. Aber hier sieht man wirklich schön, dass hier was passiert. Also wenn Du hier wohnst und hast Dir Sorgen gemacht, dass Du keine Ladeparks hast, dann ist es hier eine gute Idee, einfach mal genauer zu gucken. Hier über die schnellladepark.app und entsprechend halt einfach einzuschränken. Und dann wollte ich Dir das zeigen, hier oben rechts mal gucken, Nordosten heißt es natürlich, mal gucken. Hier sieht man auch, da ist ein Ionity, der noch gebaut wird. Und ganz viele EnBWs, Energieversorger, Baden-Württemberg, bei mir um die Gegend. Da gibt es bei uns auch ganz viele, da sieht man, da passiert was. Es war auch hier in der Mitte, hier Bad Hersfeld und so, so eine Lücke. Bei denen, wo gerade die Bauern sind. Aber hier oben, schau mal, zwischen Bremen und Berlin, was entstehen ganz viele. Und auch hier runter von Magdeburg bis Chemnitz entstehen welche. Also, ich möchte jetzt hier nicht ganz Deutschland im Detail abfahren, müsst Ihr dann einfach selbst mal gucken. Aber nochmal im Vergleich zu diesem Tool hier, zum Standort-Tool, wo halt noch relativ schwammig und inkonsequent oder unkonkret, so ist das richtige Wort, unkonkret ist, kann man hier vielleicht so ein bisschen was erahnen oder was erhoffen. Aber hier in diesem Tool mit der Schnellladepark-App, da sieht man einfach sehr übersichtlich, wo welche entstehen. Und ja, wenn die an sind, dann seht ihr die ja in der EnBW-App oder halt in der AirUnity-App. Also, den Tipp wollte ich noch loswerden, weil das mit der geförderten Ladestation, da kam er ja nicht wirklich so viel weiter. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.